Wirf ist für euch Lea, Sophie, Keller. Man weiß auch dann, wenn man dieses Effekt gerät hat, weiß man gar nicht so genau, ob man jetzt noch selber in die Hände klatschen soll oder nicht. Lea, schön, dass du da bist. Sag, dein Buch ist dieses Jahr erschienen. Hat sich dort niedergeschlagen, in welcher Situation wir uns jetzt gerade befinden gesellschaftlich oder sind die Texte darin prä-Corona entstanden und wenn ja, was sind das für Themen, die dich beschäftigt haben? Also die Texte sind noch vor Corona entstanden. An sich geht es immer um Themen, die mich in irgendeiner Form bewegen. Tatsächlich habe ich über Corona keinen Text geschrieben, einfach weil ich darauf keine Lust hatte, noch mehr mir über Corona Gedanken zu machen. Ja, die Buchveröffentlichung hat sich halt sehr lange hinausgezögert und bis wir dann gesagt haben, dass wir es trotzdem in Corona-Zeiten noch machen werden. Ja. Verstehe. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf deinen Text. Lea, Sophie, Keller, meine Damen und Herren. Ja, ähm, es ist sehr schön hier zu sein, auf einer Bühne, ähm, und ja, mein Gedicht erzählt von Träumen, die beinahe durch Zweifel zerstört werden. Und mein Gedicht heißt das mit den Zweifeln. Siebte Klasse, erster Schultag, die Neue kommt herein, in der Pause erster Schlag, sie scheint Ausländer zu sein. Chiara ist still, sie sieht nur zu, doch dann steht sie aus, sie versteht Angst, ist Tabu, sie nimmt ihre Hand. Sie sagt, alles wird gut, sie landet in ihr, kocht die Wut. Chiara ist 13, doch sie beschließt, dass sie kämpfen wird, bis kein Blut mehr fließt. Und sie sagt ihre Meinung, sie schweigt nicht still, sie schaut nicht weg, gegen Diskriminierung leugnen hat ihr gar keinen Zweck. Ihre Argumente auf Plakaten, ihr Herz im Flüchtlingsheim, auf ihre Worte folgen Taten und sie ist nicht allein. Die ersten lachen. Sie sei viel zu jung, als könnte sie was entfachen, sie ist viel zu dumm, für das große Ganze bist du einfach zu klein. Lass deine Träume, lass es doch sein. Die ersten Nazis sagen, pass auf, was du sagst, sie drohen zu schlagen, wenn du es wagst, da sind Blicke. Sie zweifelt an sich. Da hört sie Worte, sie, vielleicht haben sie recht, sie spürt die Schläge, sie bekommt Angst. Ihr geht es schlecht, keiner nimmt ihre Hand. Zweifeln ist in sich ein. Vielleicht gibt sie auf, sie muss sich befreien. Dritte Klasse, kleiner Lars. Wie die Mädchen tanzen, sieht aus nach viel Spaß, in der Pause stehen alle beieinander. Wie sie sich drehen, macht Lars ganz durcheinander, nach der Schule schließt er sich ein. Er bewegt sich zur Musik, er will die Funke Marie sein, Lars steht vor dem Trainingsraum. Er klopft leise an der Tür, tanzen ist sein großer Traum, er kommt rein, er kämpft dafür, er steht vor dem Trainer. Er sagt, was er will, er reicht ihm den Zehner für die Stunde, sagt er still. Die ersten Mädchen lachen, er ist doch ein Junge, als könnte er Spagat machen, er tönt es aus ihrer Zunge, er sprintet nach draußen. Die Jungs ärgerten ihn, schlugen ihn in den Pausen, bis seine Träume verfliehen. Da sind Blicke. Er zweifelt an sich. Da hört er Worte, vielleicht haben sie recht. Er spürt die Schläge. Er bekommt Angst. Ihm geht es schlecht, keiner nimmt seine Hand. Zweifeln lässt in sich ein. Vielleicht gibt er auf. Er muss sich befreien. 9. Klasse. Schüchternes Ding. Sie redet kaum, sitzt nur, steht da, als die Schulklocke losging. Was sie weiß, man weiß es nicht. Was in ihr vorgeht, bleibt geheim. Wenn man sie fragt, macht sie dicht. Sie scheint sehr nachdenklich zu sein. In Deutsch hat sie nie aufgepasst. Auf Sätze ging immer schief. Analysieren hat sie gehasst. Immer wird lieber kreativ. Sie soll Zwischenzeilen lesen. Es gelingt ihr einfach nicht. Sie soll aufzeigen und reden. Sie schreibt lieber ein Gedicht. Sie sieht Menschen, die Poesie selbstsicher auf Bühnen tragen. Sie hört die Buchstaben, Melodie, sieht wie Poeten Worte jagen. Sie möchte das auch. Sie meldet sich an, weil sie die Bühne braucht, weil sie das bestimmt kann. Die ersten Auftritte vergehen. Die ersten Menschen berührt in den Bühnenraum. Wehen Blicke, die sie spürt. Klar ist sie noch am Anfang. Herz auf Schmerz ist noch ihr Reim. Doch zieht sie Menschen in den Bann und kann endlich selbstsicher sein. Die ersten Lehrer erfahren, dass Emma auf Bühnen steht. Sie möchten sie bewahren, sagen, dass sie einen Fehler begeht. Wie passt das zusammen? Auf Bühnen und Stummen. Wie kann sie Ängste verdammen? Sie ist schlecht in Deutsch. Sie redet vor Publikum. Zuschauer fragen, bist du nicht etwas klein? Sie schauen und sagen, große Worte passen nicht rein. Da sind Blicke. Sie zweifelt an sich. Da hört sie Worte. Vielleicht haben sie recht. Sie spürt, sie ist still. Sie bekommt Angst. Ihr geht es schlecht. Keiner nimmt ihre Hand. Zweifeln ist in sich ein. Vielleicht gibt sie auf. Sie muss sich befreien. Chiara steht auf. Lars zeigt sein Gesicht. Emma kommt aus sich raus. Ich stehe nun im Rampenlicht. Versucht es nur weiter. Drückt sie in Schubladen. Sie bauen sich Leitern. Es reicht schon ein Faden. Sie klettern ihn auf. Du hältst sie nicht auf. Sie verbannen die Zweifel. Sie machen sich nichts draus. Chiara kämpft gegen Rassismus. Auch wenn es wem nicht passt. Lars hat seinen Entschluss schon längst gefasst. Emma pfeift auf all die Pfeifen, die nicht an sie glauben. Sie wird nach Sternen greifen. Worte kann man nicht rauben. Sie ist zu laut. Sie muss vornehm sein. Sie ist zu still. Er darf nicht schreien. Sie ist zu jung. Sie kann nichts erreichen. Er ist zu alt. Die Jahre verstreichen. Da ist die Schublade. Nimm Rückplatz. Oder verbrenn die Fassade. Kratz das Holz ab. Sie ist zu dumm. Sie ist ein Lügenverbreiter. Er ist zu schlau. Er ist der Außenseiter. Sie ist zu dünn. Sieht echt nicht schön aus. Er ist zu dick. Er soll nicht aus dem Haus. Da ist die Schublade. Mach es dir gemütlich. Oder sei eine Granate und spreng deine Worte in sein Gesicht. Sie ist zu klein. Sie kommt nie drauf. Er ist zu groß. Er spielt sich auf. Sie ist ein Mädchen. Sie muss gut aussehen. Er ist ein Junge. Er darf sich nicht zur Musik drehen. Versucht es nur weiter. Drückt sie in Schubladen. Sie bauen sich Leitern. Es reicht schon ein Faden. Sie klettern ihn auf. Du hältst sie nicht auf. Sie verbannen die Zweifel. Sie machen sich nichts draus. Da sind Blicke. Sie blickt zurück. Da hört der Worte. Er ist ein Einzelstück. Sie spürt die Schläge. Sie macht die Ding. Er macht so weiter. Sie ist der King. Da ist die Schublade. Da sind die Sterne. Dankeschön. 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 Untertitelung. BR 2018